Karolin Satzbund von der Stiefadion Martin Girschen, zusammen mit Karin Hitschke vom TV Frech Girschen. Und eben zur dritte Magdalena Höfüter, SC Sinsing, zusammen mit Lena Kühner, Ex-Fortator. Vizemeisterin, Meisterin der Schülerinnen-Armoppel, Naomi Pankowitsch, SVG-Fahr-Gunderbauer und Milena Burmann, SVG-Fahr-Eckmannsbauer. Vizemeisterin, Meisterin der Schülerinnen-Armoppel, Naomi Pankowitsch, SVG-Fahr-Gunderbauer und Milena Burmann. Applaus Jene Silberin, Meisterin der Schülerinnen-Armoppel, Naomi Pankowitsch, SVG-Fahr-Gunderbauer und Milena Burmann. Vielen Dank.